Hallo, ich bin's wieder, eure Anna. Heute will ich mit euch das Bad einrichten. Ihr seht ja, hier ist es sehr leer, deswegen möchte ich das ein bisschen aufhecken. Als erstes habe ich hier so ein Waschbecken mit Spiegel. Ja, und das stelle ich dann einfach mal hier hin. Und als nächstes habe ich eine Toilette. Die ist sehr schick, naja, nicht wirklich, aber egal. So, jetzt sind die Toilette und das Waschbecken schon mal drin, aber jetzt kommt noch, ähm, ja, so ein Teil, wo man dann ein Handtuch durchstecken kann. Das klebe ich mir, dieses Zeug da fest. Ich weiß nicht ganz genau, wie es heißt. So, das pappe ich jetzt hier hinten dran. Und dann kommt das hier hin. So, das Handtuch habe ich jetzt durchgesteckt. Jetzt packe ich da, äh, neben die Toilette noch so ein kleines Töpfchen. Dann gibt es noch, ja, Shampoo oder so. Das lege ich noch mal hier in dieses kleine Regal. Die Einrichtung ist jetzt eigentlich fertig, aber ich werde euch jetzt noch ein bisschen was erzählen. Falls ihr euch fragt, warum nicht so oft neue Videos auskommen, erkläre ich euch, warum. Ich bin ja schon zehn Jahre alt und gehe in die vierte Klasse. Deswegen habe ich nicht jeden Tag Zeit, Videos zu drehen, weil ich mich auch um meinen Schulkram kümmern muss. Und meine Mama kann auch nicht jeden Tag Videos schneiden, weil sie sehr lange arbeitet. Und am Wochenende möchten wir auch, wie alle anderen, draußen sein und spielen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns einen Daumen nach oben und schreibt uns einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.